Schalke, was soll man dazu sagen? Super, echt super. Die Knappen kommen nach der 3 zu 1 Klatsche gegen die Unicorns of Love und einem EO Master Speedrun DNA bei den Worlds mit zwei königsblauen Augen in den PSC. Nach der Entlassung von Jungler Isma musste ganz schnell ein neuer Waldmann her. Den fand man glücklicherweise bei den DKB Diamonds. Mit Marc, Kane, Behrendt hat Schalke einen neuen Troll gefunden. Also ein Trundle-Spieler halt. Der neue liefert ab und die Schalker dominieren ihre Gruppe bis zum Schluss. Gegen All4One Gaming haben die Gelsenkirchener dann aber wohl doch wieder blau gemacht. Mit Schalke an der Tabellenspitze steht die Welt jedes Fußballfans zwar Kopf, aber die Knappenschmiede scheint wieder auf einem guten Weg zu sein. Gewinnt Schalke im Achtelfinale gegen TTV, müssen die Knappen im Viertelfinale gegen ein paar echte Risse ran. Und die sehen hangry aus. Also gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Willi-Modern Willi-Modern SWIG 2023 Vielen Dank.